Grüß an alle, morgen ist wieder soweit. Also, wie gesagt, morgen wieder Lauftreff, Katzwang 9.19 Uhr und 19 Sekunden. Und jetzt sind wir unterwegs zum Toys Rast mit meinem Romeo und Toys Rast, was machen wir da? Ja, Spielzeug kaufen. In jedem Fall, genau so freue ich mich auch auf den morgigen Treff und den morgigen Lauf. Macht's gut, Leute, bis morgen. Freut mich schon. Ciao.